Wer kam nach deinem Vater nach Hause? Wer kam nach deinem Vater nach Hause? Ewe Baban dan sonra kim gelde? Danach kam Abi. Danach kam Abi. Ondan sonra abil gelde? Mein Bruder kam gleich danach. Hem en sonra kardischem gelde? Du bist endlich angekommen. Warum bist du zu spät? Du bist endlich angekommen. Warum bist du zu spät? Nihayet geldin, neden geç kaldin? Ich musste bis zum Morgen arbeiten. Ich musste bis zum Morgen arbeiten. Sabaha kadar çalışmak zorunda idem. Ich bin noch nicht zu spät. Ich bin noch nicht zu spät. Çok geç kalmadım. Können wir heute zusammen arbeiten? Können wir heute zusammen arbeiten? Bugün birlikte çalışabilir mis? Ich bin noch nicht zu spät. Ich bin noch nicht zu spät. Bugün çok uygun değilim. Klar, wann immer sie wollen. Tabii, ist de din sommer? In welcher Klasse bist du? In welcher Klasse bist du? Ich bin in der Vorbereitungsklasse. Ich bin in der Vorbereitungsklasse. Hazırlıkssınıfındayım. Ich habe gerade mit der Universität angefangen. Ich habe gerade mit der Universität angefangen. Üniversiteye yeni başladım. Wie geht es dir? Wie geht es dir? Nur süßen. Mir geht es gut. Mir geht es gut. Ihm. Ich bin ein wenig krank. Ich bin ein wenig krank. Biraz hastayım. Ich bin nicht sehr gut. Ich bin nicht sehr gut. Çok iyi değilim. Ich versuche zu heilen. Ich versuche zu heilen. Ich versuche zu heilen. Ich versuche zu heilen. Ich bin nicht schlecht. Wie geht es dir? Ich bin nicht schlecht. Wie geht es dir? Für eux, es istá Olaha. Ich versuche zu heilen. Ich bin nicht satisfied. Ich bin nicht evolution. Use World 가�łyilliás. Ciao 개인 ав sich. Für uns ist ein wenig krank. Ich bin nicht Cinema. Ich habe drei Bücher gelesen. Ewet, ütsch kitab okudum. Ich habe heute noch kein Buch gelesen. Ich habe heute noch kein Buch gelesen. Bugün henüs kitab okumadum. Wo hast du vorher gearbeitet? Wo hast du vorher gearbeitet? Daha önce nerede çalıştın? Ich habe noch nie gearbeitet. Ich habe noch nie gearbeitet. Daha önce hiç çalışmadım. Das ist mein erster Job. Das ist mein erster Job. Bu ilk işim. Ich habe zuvor in einer Baufirma gearbeitet. Ich habe zuvor in einer Baufirma gearbeitet. Daha önce bir inşaat firmesinde çalıştım. Wird es ihnen nach dieser Behandlung besser gehen? Wird es ihnen nach dieser Behandlung besser gehen? Bu tedavi de sonra daha iyi olacak müssen. Ja, mit den medikamenten, die ich nehme, komme ich zurecht. Ja, mit den medikamenten, die ich nehme, komme ich zurecht. Evet, kullandığım ilaçlarla iyi olacağım. Mein Arzt sagte, die Behandlung würde funktionieren. Doktorum, tedavinin işe yarayacağını söyledi. Haben Sie den neuen Mitarbeiter kennengelernt? Haben Sie den neuen Mitarbeiter kennengelernt? Yeni ische alınan personelleterniştenme. Ich habe mich noch nicht getroffen. Ich habe für zwei Stunden später ein Treffen vereinbart. Ich habe mich noch nicht getroffen. Ich habe für zwei Stunden später ein Treffen vereinbart. Henüz tanışmadım. İki saat sonra iyi bir Toplante oluşturduğum. Ja, ich habe dich heute Morgen getroffen. Ja, ich habe dich heute Morgen getroffen. Evet, sabah tanıştım. Was ist dein Beruf? Was ist dein Beruf? Senin mesleğin nedir? Bin ich Informatiker? Bin ich Informatiker? Bilgisayar mühendisim. Ich bin ein Bauingenieur. Ich bin ein Bauingenieur. Ich schaute mühendisim. Wie lautet deine E-Mail-Adresse? Wie lautet deine E-Mail-Adresse? E-Mail-Adresse niz nedir. Meine E-Mail-Adresse lautet teachinglang-at-email.com Meine E-Mail-Adresse lautet teachinglang-at-email.com Benim E-Mail-Adresse ist teachinglang-at-email.com Dir Kann ich das kaufen? Kann ich das kaufen? Bunu satın alabilir miyim? Leider ist dieser bereits verkauft. Leider ist dieser bereits verkauft. Maalesef, bu daha önce satıldı. Klar, du kannst es haben. Klar, du kannst es haben. Tabi, Allah bilirsiniz. Wie viele Personen sind in ihrer Klasse? Sınıfınızda koczkişivar. In meiner Klasse sind 23 Leute. In meiner Klasse sind 23 Leute. Sınıfımda yirmiüçkişivar. Früher waren in meiner Klasse 30 Leute. Früher waren in meiner Klasse 30 Leute. Sınıfımda eski den otuzkişivar. Möchten Sie etwas trinken? Möchten Sie etwas trinken? İçecek bir şey alır mısınız? Können wir zwei Gläser Nescafé haben? Können wir zwei Gläser Nescafé haben? İki bardak Nescafé alabilir miyiz? Kann ich Saft haben? 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 Ich Zwecke nyten! Ich möchte jetzt nichts kaufen. Was ist unsere Mission? Beende dieses Spiel schnell. Beende dieses Spiel schnell. Bu oyunu hızlıca bitirmek. Blockieren eingehender Spieler. Blockieren eingehender Spieler. Gelen oyuncuları engeilemek. Was haben sie auf dem Markt gekauft? Was haben sie auf dem Markt gekauft? Marketane olden. Ich habe nicht viel gekauft. Ich habe nicht viel gekauft. Ich habe gerade Frühstück gekauft. Ich habe gerade Frühstück gekauft. Sädece kahvaltılık aldım. Wirst du morgen frei sein? Wirst du morgen frei sein? Yarın müsait misin? Ja, ich arbeite morgen nicht. Ja, ich arbeite morgen nicht. Nein, ich muss zur Schule. Nein, ich muss zur Schule. Hayır, okula gitmem lazım. Ich werde mit den Kindern in den Park gehen. Ich werde mit den Kindern in den Park gehen. Çocukla ila parka gidijem. Gibt es ein Buch im Fernsehen? Gibt es ein Buch im Fernsehen? Televisionun üstünde kitabwarme. Nein, da ist nichts. Nein, da ist nichts. Hayır, bir şey yok. Es gibt nur eine Fernbedienung. Es gibt nur eine Fernbedienung. Sadece uzaktan kumanda var. Welche Art von Filmen magst du? Welche Art von Filmen magst du? Hangi tür Filmleri seversin? Ich liebe Science Fiction Filme. Ich liebe Science Fiction Filme. Bilimkurgu Filmlerini çok severim. Ich liebe Komödien. Ich liebe Komödien. Komödie Filmlerini çok seviyorum. Was gibt es zum Abendessen? Was gibt es zum Abendessen? Oksham yemeinde neyejees. Pommes frites? Pommes frites und fleischbällchen. Pommes frites und fleischbällchen. Patates kızarm Este ve Köfte. Eine tolle Pasta Harika Birmakarna Mit wem werden wir an diesem Projekt zusammenarbeiten? Mit wem werden wir an diesem Projekt zusammenarbeiten? Bu proje de kimin lecce lusha jahus? Dieses Projekt wurde abgebrochen. Dieses Projekt wurde abgebrochen. Bu proje iptal oldu? Mit wem haben sie an diesem Projekt zusammengearbeitet? Mit wem haben sie an diesem Projekt zusammengearbeitet? Bu proje de kimin lecce lusha jahus? Ich habe schon früher mit Michael zusammengearbeitet. Ich habe schon früher mit Michael zusammengearbeitet. Daha önce Michael ile birlikte çalıştım. Ich habe bereits mit dem Datenbankteam zusammengearbeitet. Ich habe bereits mit dem Datenbankteam zusammengearbeitet. Wann werden sie mit der Arbeit beginnen? Ich habe schon früher mit den Datenbankteam zusammengearbeitet. Wann werden sie mit der Arbeit beginnen? Ich habe schon früher mit der Arbeit beginnen? Ich werde morgen mit der Arbeit beginnen. Ich werde morgen mit der Arbeit beginnen. Ich weiß es nicht genau. Ich weiß es nicht genau. Ich weiß es nicht genau. Wenn der Lehrer diese Hausaufgabe gegeben hat. Wann hat der Lehrer diese Hausaufgabe gegeben? Wann hat der Lehrer diese Hausaufgabe gegeben? Er hat seine Mathe-Hausaufgabe vor drei Tagen abgegeben. Ich bin ein Mathematik und ich bin ein Verletzter. Er hat immer noch keine Hausaufgaben gemacht. Er hat immer noch keine Hausaufgaben gemacht. Hat dir der Film gefallen? Filme sehenden wir. Mir gefiel dieser Film nicht besonders. Mir gefiel dieser Film nicht besonders. Ich habe diesen Film geliebt. Ich habe diesen Film geliebt. Wofi mir çok sevdim. Wann gehst du aus? Wann gehst du aus? Ne zaman dışarı çıkacaksın? Ich denke darüber nach, am Nachmittag abzureisen. Öğleden sonra çıkmayı düşünüyorum. Ich werde nach der Arbeit gehen. Ich werde nach der Arbeit gehen. Möchten Sie etwas trinken? Möchten Sie etwas trinken? Bir içki ister misin? Ja, ich kann eins haben. Ja, ich kann eins haben. Evet, bir tane alabilirim. Nein, ich nehme medikamente. Nein, ich nehme medikamente. Hayır, ilaç kullanıyorum. Wie geht es deinem Vater? Wie geht es deinem Vater? Baba nasıl oldu? Nicht schlecht, funktioniert weiter. Nicht schlecht, funktioniert weiter. Fena değil, çalışmaya devam ediyor. Etwas unbequem. Etwas unbequem. Biraz rahatsız. Wie war das konzert gestern Abend? Wie war das konzert gestern Abend? Dün akşam konser nasıl geçti? Das konzert verlief sehr gut. Das konzert verlief sehr gut. Konzert çok iyi geçti. Das gestrige konzert wurde abgesagt. Das gestrige konzert wurde abgesagt. Dün konzert iptal oldu. Wie viele Tage hat Michael frei? Wie viele Tage hat Michael frei? Michael koç gün izinle. Michael ist nicht im Urlaub. Michael ist nicht im Urlaub. Er wird noch fünf Tage Urlaub nehmen. Er wird noch fünf Tage Urlaub nehmen. Beş gün daha izin kullanacak. Was möchtest du trinken? Was möchtest du trinken? Ne içmek ist erisin. Kann ich Wasser haben? Kann ich Wasser haben? Su alabilir miyim? Kann ich Tee haben? Kann ich Tee haben? Çay alabilir miyim? Kann ich Saft haben? Kann ich Saft haben? Meyves suyu alabilir miyim? Sohn, willst du essen? Sohn, willst du essen? Oğlum, yemek yiyecek misin? Nein, Papa. Ich werde nicht essen. Nein, Papa. Ich werde nicht essen. Hayır Baba, yemek yiyecek misin? Können Sie die bei dem Treffen besprochenen Themen zusammenfassen? Können Sie die bei dem Treffen besprochenen Themen zusammenfassen? Toplantede konuşulan konuları bir özetler misin? Auch ich habe an der Sitzung nicht teilgenommen. Auch ich habe an der Sitzung nicht teilgenommen. Ben de Toplantede katılmadım. Es wurde nur das Problem besprochen, das gestern aufgetreten ist. Es wurde nur das Problem besprochen, das gestern aufgetreten ist. Sadece dünn gelen Problem konuşuldu. Wer ist an der Reihe? Wer ist an der Reihe? Şimdi kimin sırası? Ich denke, ich bin an der Reihe. Ich denke, ich bin an der Reihe. Jetzt ist mein Bruder an der Reihe. Jetzt ist mein Bruder an der Reihe. Sürakal Dishimde Wann werden Sie mit der Lektüre dieses Buches beginnen? Wann werden Sie mit der Lektüre dieses Buches beginnen? Bu kitabı ne zaman okumaya başlayacaksın? Machen wir nächstes Wochenende etwas zusammen? Machen wir nächstes Wochenende etwas zusammen? Gelecek hafta sonu birlikte bir şeyler yapalım mı? Das wäre toll, sollen wir ein Picknick machen? Das wäre toll, sollen wir ein Picknick machen? Harika olur, Picknick yapalım mı? Wir können zu einem Basketballspiel gehen. Wir können zu einem Basketballspiel gehen. Basketball matchına gidebiliriz. Was haben Sie heute vor? Was haben Sie heute vor? Bugün ne yap mayip ilan yorsun. Ich werde heute ein Picknick machen. Ich werde heute ein Picknick machen. Bugün Picknick yapajalım. Ich werde zur Schule gehen. Ich werde zur Schule gehen. Okula gidijem. Welches ist deine Lieblingslektion? Welches ist deine Lieblingslektion? Ich liebe den Matheunterricht. Matematik dersini çok severim. Ich mag den Englisch unterricht nicht besonders. Ich mag den Englisch unterricht nicht besonders. Ich mag den Englisch unterricht nicht besonders. Wann fängst du mit der Schule an? Wann fängst du mit der Schule an? Okula ne zaman başlayacaksın? Drei Wochen später Drei Wochen später Üç Hafta Sonja Es begann vor drei Tagen Es begann vor drei Tagen Üç Gün Önce Böschlöde Bist du ein Ingenieur? Bist du ein Ingenieur? Sagen wir mühendis müssen Ja, ich bin Ingenieur mit fünf Jahren Erfahrung Ja, ich bin Ingenieur mit fünf Jahren Erfahrung Evet, beş yıllık bir mühendisüm Nein, ich bin kein Ingenieur Nein, ich bin kein Ingenieur Hayır, ben mühendis değilim Was ist im Glas? Was ist im Glas? Kavanauzun içinde ne var? Es gibt Erdbeermarmelade Es gibt Erdbeermarmelade Çilek reçeli var Im Glas ist Honig Im Glas ist Honig Kavanauzda bal var Wurde unser Termin Mit dem Kunden bestätigt? Wurde unser Termin Mit dem Kunden bestätigt? Müshteli ile Randevu saati misse onayladın mı? Ja, ich habe gesprochen Und wir haben den genauen Zeitpunkt Für diese Angelegenheit festgelegt Ja, ich habe gesprochen Und wir haben den genauen Zeitpunkt Für diese Angelegenheit festgelegt Evet, konuştum ve bu konuda net saati bile ledik Ich werde in 2 Stunden sprechen Ich werde in 2 Stunden sprechen İki saat sonra konuşacağım Ist dir kalt? Ist dir kalt? Üşüyor musun? Nein, ich glaube, es ist zu heiß Nein, ich glaube, es ist zu heiß Hayır, ben Jehova çok sıcak Mir ist ein bisschen kalt Mir ist ein bisschen kalt Biraz üşüdüm Wo werden sie Urlaub machen? Wo werden sie Urlaub machen? Tautile nere ye gide jeksin Ich glaube, ich gehe nach Paris Ich glaube, ich gehe nach Paris Sonurum Paris segi di jem Ich werde meinen Urlaub in Istanbul verbringen Ich werde meinen Urlaub in Istanbul verbringen Tautile mi İstanbul da geçireceğim Kommt ihr alle? Kommt ihr alle? Kommt ihr alle? Happiness gelecek misciniz Ja, wir alle sind unsere Zukunft Einige von uns werden nicht kommen können, weil sie unterwegs sind Einige von uns werden nicht kommen können, weil sie unterwegs sind Bazılarımız yolde olacağından gelemeyecek Wann ist das Abendessen fertig? Wann ist das Abendessen fertig? Wann ist das Abendessen fertig? Akşam yemeine zaman hazır olacak Nach drei Stunden Nach drei Stunden Üç saat sonra Wir werden heute draußen zu Abend essen Wir werden heute draußen zu Abend essen Bugün yemei desheru da ye jes Wie viel Gehalt verdienen sie ungefähr? Wie viel Gehalt verdienen sie ungefähr? Jak le schick olarak katsch dolar marshal yorsun Ich verdiene 1000 Dollar pro Monat Ich verdiene 1000 Dollar pro Monat Eu lükbindolar kazanıyorum Ich verdiene 200 Dollar pro Woche Ich verdiene 200 Dollar pro Woche Haftalık 200 Dollar kazanıyorum Wie ist Tommy? Wie ist Tommy? Tommy nasıl biridir? Tommy ist ein sehr kämpferischer Mensch Tommy ist ein sehr kämpferischer Mensch Tommy çok kavgıcı biridir Tommy ist ein sehr lockerer Mensch Tommy ist ein sehr lockerer Mensch Tommy çok uyumlu biridir Hast du ein Hobby? Hast du ein Hobby? Hast du ein Hobby? Hobby warme Ich spiele gern Fußball Ich spiele gern Fußball Ich spiele gern Fußball Football ohne mi sevillim Ich habe keine großen Hobbys Ich habe keine großen Hobbys Ich habe keine großen Hobbys Ich liebe es, Musik zu hören Ich liebe es, Musik zu hören Musik dinlemeyi severim Kann ich zwei davon kaufen? Kann ich zwei davon kaufen? Bundan iki tane alabilir miyim Bundan iki tane alabilir miyim Nein Nein, ein letzter ist noch übrig Nein, ein letzter ist noch übrig Hayır, son bir tane kalde Kennen Sie die Adresse der Post Kennen Sie die Adresse der Post Postanenin adresini biliyor musun? Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Evet, biliyorum. Nein, ich kenne diesen Ort nicht. Nein, ich kenne diesen Ort nicht. Hayır, burayı bilmiyorum. Sind Sie verheiratet? Eyvli misciniz? Ja, ich bin verheiratet. Evet, eyvliyim. Nein, ich bin Single. Nein, ich bin Single. Hayır, beckyordum. Haben Sie die Details des Projekts im Besprechungsraum besprochen? Haben Sie die Details des Projekts im Besprechungsraum besprochen? Ja, wir haben über alle wichtigen Punkte gesprochen. Ja, wir haben über alle wichtigen Punkte gesprochen. Evet, tüm anahatze de konustuk. Ja, wir haben ein weiteres Treffen vereinbart, um die Details zu besprechen. Ja, wir haben ein weiteres Treffen vereinbart, um die Details zu besprechen. Ja, wir haben ein weiteres Treffen vereinbart, um die Details zu besprochen. Haben Sie Kinder? Ja, ich habe zwei Kinder. Ja, ich habe zwei Kinder. Nein, ich habe kein Kind. Nein, ich habe kein Kind. Nein, ich habe kein Kind. Holst du morgen mein Handy zur Reparatur ab? Holst du morgen mein Handy zur Reparatur ab? Ich werde es morgen um 8 Uhr abholen. Ich werde es morgen um 8 Uhr abholen. Es wurde noch nicht repariert. Es wurde noch nicht repariert. Welche Wörter hast du heute gelernt? Heute habe ich die Wörter Fokus und Spezifisch gelernt. Heute habe ich die Wörter Fokus und Spezifisch gelernt. Heute habe ich die Wörter Fokus und Spezifisch gelernt. Heute habe ich die Wörter Fokus und Spezifisch gelernt. Heute habe ich die Wörter Fokus und Bezifisch gelernt. Besitzen Sie diesen Teil des Autos? Ich habe das nicht zur Hand. Elim de bundan yok. Wie viele wollen Sie? Kaç tane ist yoursunus? Wie spät ist es? Saat Kaç. Es ist 16 Uhr nachmittags. Es ist 16 Uhr nachmittags. Saat Öl et d'un sonre d'öl dünje. Es ist 5 Uhr morgens. Es ist 5 Uhr morgens. Saat Sabah Beshinje. Wo planen Sie unseren Urlaub dieses Jahr? Wo planen Sie unseren Urlaub dieses Jahr? Bu yılki tatilimizi nereye planlıyorsunuz? Ich denke darüber nach, es in Paris zu machen. Ich denke darüber nach, es in Paris zu machen. Ich denke darüber nach, nach London zu gehen. Ich denke darüber nach, nach London zu gehen. Londra'ya gehtmeyi düşünüyorum. Warum wird es bei diesem Treffen gehen? Warum wird es bei diesem Treffen gehen? Bu Toplantie hangi konu hakkında olacak? Über Gehaltserhöhungen Über Gehaltserhöhungen Maaş sammleri hakkında Nächste Woche geht es um seinen Plan Nächste Woche geht es um seinen Plan Gelecek hafta planı hakkında olacak Was kostet diese Hose? Was kostet diese Hose? Bu Pantolonun 14 Nedish 23 Dollar 23 Dollar 23 Dollar Wann beginnen wir mit dem Treffen? Wann beginnen wir mit dem Treffen? Toplantir ne zaman başlıyoruz Wir beginnen in 30 Minuten Wir beginnen in 30 Minuten 30 Minuten 30 Minuten sonra başlıyoruz Das Treffen wurde abgesagt Das Treffen wurde abgesagt Toplantir iptal oldu Welche Lebensmittel mögen Sie sehr? Welche Lebensmittel mögen Sie sehr? Hangi ye me kleri çok seversen Mein Lieblingsessen ist Pasta Mein Lieblingsessen ist Pasta Ich wähle das Essen nicht so sehr Ich wähle das Essen nicht so sehr Ich wähle das Essen nicht so sehr Habe ich es richtig verstanden? Habe ich es richtig verstanden? Doro annem ischmim Ja, wir machen so weiter, wie Sie es gesagt haben Ja, wir machen so weiter, wie Sie es gesagt haben Nein, eigentlich ist es nicht ganz so Nein, eigentlich ist es nicht ganz so Wo willst du morgen hingehen? Wo willst du morgen hingehen? Jürün nereje gitmek istersen Ich würde gerne nach Besiktas gehen Ich würde gerne nach Besiktas gehen Besiktosho gitmek isterim Ich würde gerne zum Endspiel gehen Ich würde gerne zum Endspiel gehen Final moçuna gitmek isterim Ich möchte zum Pokalspiel gehen Ich möchte zum Pokalspiel gehen Kupamacuna gitmek istiyorum Warum bist du nicht zur Schule gegangen? Warum bist du nicht zur Schule gegangen? Neden okula gitmedin? Deshalb werde ich nicht gehen Deshalb werde ich nicht gehen Bu nedenle gitmeyeceğim Ich möchte heute nicht gehen Ich möchte heute nicht gehen Bugün gitmek istemiyorum Wohin gehst du heute? Wohin gehst du heute? Bugün nereje gide jeksin Wenn sich nichts ändert, gehe ich zu meinem Bruder Wenn sich nichts ändert, gehe ich zu meinem Bruder Bir değişiklik olmazsa abime gideceğim Ich werde nach London gehen Ich werde nach London gehen Londra'je gideceğim Ich werde einkaufen gehen Ich werde einkaufen gehen Ist der Name ihres Bruders Michael? Ist der Name ihres Bruders Michael? Er bin in Adem Michael M Nein Der Name meines Bruders ist Tom Nein Der Name meines Bruders ist Tom Hayır, abi mim adı Tom dur Haben Sie Vorschläge? Haben Sie Vorschläge? Öneriniz var mıdır? Wir sollten sofort zur Sache kommen Wir sollten sofort zur Sache kommen Ich habe keine weiteren Vorschläge zu diesem Thema Ich habe keine weiteren Vorschläge zu diesem Thema Bu konuda başka önerim yok Magst du sie? Magst du sie? Bu de ihr selden me Ja, es ist wie mein eigenes Zuhause Ja, es ist wie mein eigenes Zuhause Evet, kendi evim gibi Es hat mir nicht so gut gefallen Es ist ein sehr überfüllter Ort Es hat mir nicht so gut gefallen Es ist ein sehr überfüllter Ort Çok sevemedim Çok kalabalık bir yer Wir wollen ins Kino gehen Aber welchen Film sollen wir sehen? Wir wollen ins Kino gehen Aber welchen Film sollen wir sehen? Ich kann Matrix 3 empfehlen Ich kann Matrix 3 empfehlen Matrix 3 öneribilirim Ich kann den Film Suite November empfehlen Ich kann den Film Suite November empfehlen Suite November filmini öneribilirim Was stand in der Datei in der E-Mail? Was stand in der Datei in der E-Mail? Mi deki dosiade ne lelwalde Ich habe die Verkaufszahlen hinzugefügt Ich habe die Verkaufszahlen hinzugefügt Sotisch lokomnerin ekle mischtem Die Haushaltszahlen für das nächste Jahr Die Haushaltszahlen für das nächste Jahr Gelecekse nennen bütçere kamlere Wann ist dein Geburtstag? Wann ist dein Geburtstag? Dom günün nesaman Mein Geburtstag ist der 20. Juni Mein Geburtstag ist der 20. Juni Dom günün nesaman Mein Geburtstag ist der 5. Juli Mein Geburtstag ist der 5. Juli Dom günün nesaman Glaubst du, dieses Kleid steht mir? Glaubst du, dieses Kleid steht mir? Ich bin mir sicher, dass es ihnen sehr gut stehen wird Ich bin mir sicher, dass es ihnen sehr gut stehen wird Es lässt sie ein wenig übergewichtig aussehen Es lässt sie ein wenig übergewichtig aussehen Was würden sie zum Abendessen empfehlen? Was würden sie zum Abendessen empfehlen? Akşam Jemei için ne önerirsiniz Wir haben eine sehr berühmte Pizza Wir haben eine sehr berühmte Pizza Wir haben eine sehr berühmte Pizza Willst du essen? Willst du essen? Jemek Jemek Ister Missin Nicht jetzt, ich werde es später essen Nicht jetzt Nicht jetzt, ich werde es später essen Ja, ich bin sehr hungrig Ja, ich bin sehr hungrig Ja, ich bin sehr hungrig Haben Sie dieses Buch schon einmal gelesen? Haben Sie dieses Buch schon einmal gelesen? Schukitabı daha önce okudunuz mu? Nein, ich habe es noch nie gelesen Nein, ich habe es noch nie gelesen Ich habe es vor fünf Jahren gelesen Ich habe es vor fünf Jahren gelesen Beşil önce okumuştum Kommst du auch? Kommst du auch? Sende gelecek misin? Ja, ich werde kommen Ja, ich werde kommen Evet geleceğim Ich werde kommen Und mein Bruder wird auch kommen Ich werde kommen Und mein Bruder wird auch kommen Wenn ich es falsch verstanden habe Könnten Sie mich korrigieren? Könnten Sie mich korrigieren? Wenn ich es falsch verstanden habe Könnten Sie mich korrigieren? Ja, ich habe es schon mal gelesen? Klar Machen Sie weiter Klar Machen Sie weiter Zufriedenheit Kann man ein Auto reparieren? Kann man ein Auto reparieren? Ich kann Fahrräder reparieren. Ich kann Fahrräder reparieren. Ich habe noch nie ein Auto repariert. Ich habe noch nie ein Auto repariert. Daha önce arabata mir et medim. Wie ist Tommy? Wie ist Tommy? Tommy ist ein sehr ruhiger Mensch. Tommy ist ein sehr ruhiger Mensch. Tommy ist ein sehr ehrgeiziger Mensch. Tommy ist ein sehr ruhiger Mensch. Das Essen ist die schüchterne Einheit. Das Essen ist die schüchterne Einheit. Das Essen ist ein sehr ruhiger Mensch. Ja, er ist sehr schüchtern. Ja, er ist sehr schüchtern. Nein, er ist sehr schamlos. Nein, er ist sehr schamlos. Das ist ein unglaubliches Auto. Zu wem von euch gehört? Das ist ein unglaubliches Auto. Zu wem von euch gehört? Das ist ein unglaubliches Auto. Bu ina namaz bi araba. Hoin geni se ait. Ich glaube, der Besitzer ist ausgegangen. Ich glaube, der Besitzer ist ausgegangen. Sanırım sahibi dışarıya çıktı. Warum fragst du? Warum fragst du? Was war das Thema des Treffens, das sie im Büro abgehalten haben? Was war das Thema des Treffens, das sie im Büro abgehalten haben? Offiste düzenledigen Toplantinnen konusu ne idi? Es ging um die heute einigen gene Kundenbeschwerde. Es ging um die heute einigen gene Kundenbeschwerde. Es war nur ein Einführungstreffen. Es war nur ein Einführungstreffen. Sadece bir tanışma toplantısı idi. Brauchst du Hilfe? Brauchst du Hilfe? Brauchst du Hilfe? Ja, dumme ich tiagen warme. Ja, brauche ich. Ja, brauche ich. Ewet, ich tiagen warme. Ja, bitte. Ja, bitte. Ewet, lütfen. Kann ich etwas Geld leihen? Kann ich etwas Geld leihen? Biraz borçola bilir mim. Leider habe ich auch nicht viele. Leider habe ich auch nicht viele. Maile Sef, Bandede Chokyok. Wie viel brauchen Sie? Wie viel brauchen Sie? Wie viel brauchen Sie? Sana ne kadar lazım? Kommst du zum Endspiel? Kommst du zum Endspiel? Kommst du zum Endspiel? Nein, weil ich kein Ticket habe. Biletim olmadığı için gidemeyeceğim. Wenn ich fertig bin. Wenn ich fertig bin, werde ich versuchen zu gehen. Wenn ich fertig bin, werde ich versuchen zu gehen. Müssen Sie diesen Job machen? Müssen Sie diesen Job machen? få 줘 mehr electron Issumu? Das Thema ist Teil meines Jobs. Das Thema ist Teil meines Jobs. Bu konu işimin bir parçası. Ich habe nicht vor, es zu tun. Yapmayı düşünmüyorum. Wie sehe ich aus? Wie sehe ich aus? Nasıl görünüyorum? Du siehst nicht so gut aus. Du siehst nicht so gut aus. Çok iyi görünmüyorsun. Du siehst sehr schön aus. Du siehst sehr schön aus. Çok güzel görünüyorsun. Warum bist du erst heute gekommen? Warum bist du erst heute gekommen? Bugüne kadar neden gelmedin? Ich wusste nicht, dass du hier bist. Ich wusste nicht, dass du hier bist. Ich kam, als ich es lernte. Ich kam, als ich es lernte. Öğrenince geldim. Wie ist Tommy? Wie ist Tommy? Tommy nasıl biridir? Tommy ist eine sehr freundliche Person. Tommy ist eine sehr freundliche Person. Tommy çok güler yüzlü biridir. Tommy ist ein sehr gesprechiger Mensch. Tommy ist ein sehr gesprechiger Mensch. Tommy çok konuşkan biridir. Wie läuft Tommys Urlaub? Wie läuft Tommys Urlaub? Tommy'nin tatile nasıl gidiyor? Sieht so aus, als ob Tommys sich nicht so wohlfühlt. Sieht so aus, als ob Tommys sich nicht so wohlfühlt. Görünüşe göre Tommys çok rahat değil. Es läuft großartig. Es läuft großartig. Harika gidiyor. Wann stehst du morgens auf? Wann stehst du morgens auf? Sabahları kaçta kalkıyorsun? Ich stehe jeden Morgen um sieben Uhr auf. Ich stehe jeden Morgen um sieben Uhr auf. Her sabah yedi de kalkarım. Ich wache am Nachmittag auf. Ich wache am Nachmittag auf. Öğleden sonraları uyanırım. Ich stehe morgens nicht sehr früh auf. Ich stehe morgens nicht sehr früh auf. Sabahları çok erken kalkmam. Um wieviel Uhr beginnt das Treffen? Um wieviel Uhr beginnt das Treffen? Toplante kaçta başlayı Jackson. Heute geht es eine Stunde früher los. Heute geht es eine Stunde früher los. Bugün bir saat erken başlayı Jack. Es beginnt mit 15 Minuten verspätung. Es beginnt mit 15 Minuten verspätung. On beş dakika geç başlayı Jack. Wie heißt deine Mutter? Wie heißt deine Mutter? Ein nenni sin adı nedir? Der Name meiner Mutter ist Mary. Der Name meiner Mutter ist Mary. Ein nenni sin adı Mary dir. Ich kenne den Namen meiner Mutter nicht. Ich kenne den Namen meiner Mutter nicht. Ein nenni sin adını bilmiyorum. Was ist das Problem? Was ist das Problem? Sorun nedir? Eigentlich gibt es kein Problem. Eigentlich gibt es kein Problem. Ossun nedir problem yok. Das Problem ist, dass uns die Ressourcen fehlen. Das Problem ist, dass uns die Ressourcen fehlen. Sorun kayna keksimiz var. Ist dieser Bleistift blau? Ist dieser Bleistift blau? Bu kalem mavi mi? Ja, auch dunkelblau. Ja, auch dunkelblau. Evet, hem de koyu mavi. Nein, dieser Stift hat die Farbe gelb. Nein, dieser Stift hat die Farbe gelb. Hayır, bu kalem sarı renktedir. Wer hat dieses Gemälde gemacht? Wer hat dieses Gemälde gemacht? Şutabluyu kim yapte. Mein Großvater hat es vor 30 Jahren geschrieben. Mein Großvater hat es vor 30 Jahren geschrieben. Dedem otuzil ön jayasmış. Es wurde von einem sehr berühmten Maler angefertigt. Aber ich habe seinen Namen vergessen. Es wurde von einem sehr berühmten Maler angefertigt. Aber ich habe seinen Namen vergessen. Çok ünlü bir ressam yapmış, fakat ismini unuttum. Gibt es ein Problem mit ihrem Fuß? Gibt es ein Problem mit ihrem Fuß? Ayağında sıkıntı var mı? Ja, mein Knöchel tut weh. Ja, mein Knöchel tut weh. Evet, ayak bile im orör. Nein, ich habe keine Probleme. Nein, ich habe keine Probleme. Hayır, herhangi bir problemim yok. Was machst du heute? Was machst du heute? Bugün ne yapacaksın. Ich werde meine Mutter besuchen. Ich werde meine Mutter besuchen. Ein Nehme siarete gideceğim. Ich werde studieren. Ich werde studieren. Der ist çalışacağım. Ich werde einkaufen gehen. Ich werde einkaufen gehen. Ich werde einkaufen gehen. Vielen Dank.